Meine Allergegützten, heute wird es richtig Abriss, ja, wir fahren nach Adolf ins ultra brisanteste, brisante, fantastische Glashaus, ja. Ähm, wir sind hier beim Nino in der Wohnung, wir gucken jetzt mal hier rein in sein Studio. Was denn hier, Mann? Ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass du einen Schwanz im Mund hattest. Ne Macht. Moin. Moin, Aldo. Moin, Sandro. Moin, 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 aktive Freunde. Moin, Luis. Was geht? Mr. The Blank am Start, ja. Geht's heute ins Glashaus nach Adolf. Heute geht's ins Glashaus, ja. Äh, ja. Jawoll, okay, ich hab Lust. Das wird heute eine wilde Party. Wir werden heute ein ganz, ganz wildes Abriss-Set spielen von 1 bis 5 maybe. Und dann geht's wieder die 250 Kilometer zurück nach Hause. Richtig so. Das ist es. Das ist es, Jungs. Ich freue mich, wird nice. Nelly, grüß die Leute. Nelly, grüß die Leute. Okay, perfekt. Danke. Gut. Top. Ja, fünf Minuten plus, so minus, ja. Also mein Set steht schon, ne? Alles gut. Ey, ich find Fischer, das ist so ein geiler Typ. Der ist immer so übelst und krass gut gelaunt, weißt du? Übelst? Der leckt ja immer so. Er macht immer den hier so. Ja, 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 ja. Welche Number hast du? Zeig mir deine Nummer. 290. Ja, Nummer liegt. Nummer liegt. Alles bestellt, Alter. Was ist jetzt los? Alles bestellt. Alles bestellt. Ich hab Hunger. Es fack, Alter. Ich hab Hunger. Ich werde gleich zu sauer. Kurzer Mac ist es doch. Was machst du? Ähm, Masik vorbereiten. Immer auf Last Minute, weil ich es einfach kann. Wirklich Last Minute, also naja. Ich hatte im Auto gerade die ganze Zeit keinen Akku mehr gehabt, sondern da hat es halt nicht funktioniert. Und jetzt muss ich halt hier im McDonalds WLAN harzen und dann geht es jetzt voll los. So ist es mal. Wie lange fahren wir noch? Eineinhalb Stunden fahren wir noch? Bis jetzt kommen wir gut durch, also entspannt. Ja. Ich hab Bock, Mann. Wer will. Das ist der Mut hier. Ah, ich sag mal. Ah, ja. Okay. Die Firma dankt. Ich war eine Arbeit. Das ist so eine Fake Rolex. Ja, haben sie alle. Und ich dachte so, ich dachte so, wahrscheinlich nimmst du das hier zu machen. Warum werden wir ausgehen? Nelly, du musst uns mal zeigen, was es hier gibt. Mach mal Haul. Bei mir sieht es so aus. Ja, wir haben zwei schmackhafte Hamburger. Entspannend. Ewig mal gegessen, ne? Ewig mal gegessen. Bitteschön. Dankeschön. Tust du es mal richtig verkosten, bitte. Richtig lieblos. Ja. Oh, das ist geil. Dinger, das ist wieder so. Ja, dieser Mann, den wir da, so hinten vor der Kasse, der wird sich krass einsauen. Wir geben ihm mal 20 Sowjeten mit. Sand, wo du musst jetzt erst mal essen. Ey, diese Zeiten mit Demo-Docs. So wie bei Loco-Reiz. Dieses Setup. Der Mann hat einfach nichts vorbereitet. Die Frau muss die Arbeit tragen. Es ist furchtbar. Dreh schneller, Junge. Achso. Das Respekt im Neckes. Schnell wegschneiden. Okay. Taghewball. Regnen, sqult. Du bist jetzt allein wieder zurück. Kurche. Ja. Du bist jetzt leider nicht. statistic. Zehn. hood. Vers, du bist der Kommt. Ich bin. Ich bin. Hast du jetzt eine kilos Corinthians. Derä Geez ist deine Frau. Frederik instructorる cabraiert. Es ist hier. Das war's. Das war der Vlog. Nino, noch letzte Worte? Okay, der Mann ist schwer beschäftigt. Ich dachte, du bist nervös, ne? Doch, doch, Nelly. Statement UFO. Ey, warte, warte. Kennzeichen liegt. Ich pixel's aus. Oh Gott. Also, wir sind jetzt angekommen. Ja. Es ist sage und schreibe 7 Uhr. Ja, perfekt, Siri, ich sage dir. Es ist sage und schreibe 7 Uhr 43. Und es ist sehr, sehr entspannt, ja. Ich bin auf jeden Fall hellwach. Ja. Ich habe 2 Sekunden die Augen zu gehabt. Und ja. Jetzt geht es noch eine 3,5 Stunde für mich nach Hause. Na dann. Aber war mega neiser Abend. Hau rein, Alter. Ja. Ja. Ciao. Ich sage jetzt so scheiß aus dem Auto. Ja, Mann. Weißt du gerade was? Ich sehe zwar absolut durch aus, aber es ist absolut geisteskrank, wenn man das mal so beachtet. Wir kommen jetzt erst nach Hause und die Leute gehen jetzt spazieren und gehen jetzt sehr früh einkaufen. Ja, das ist einfach. Das Leben. Ja, Mann. Ich höre mich jetzt erst mal aufs Ohrhorn und dann sehen wir uns irgendwann. Ja, Mann. Hau rein, Digga. War cool. Folgt jemand auf Instagram. Ja, dann. Haut da rein, macht's gut. Die verpissen sich jetzt alle. Ich mich auch. Das war der Vlog. Ciao. Ich bin nach zwei Fakten da. Babe, ich weiß, du hast das.